Das Verbrechen in Chicago hat keine Chance mehr. Ein Glas Milch, wenn ich höflich darum bitten darf, und eine Auskurve. Der coolste Butler aller Zeiten ist zurück. Parker mein Name. Joshua Parker. Ich mach Sie fertig. Wozu ein Regenschirm doch nützlich sein kann. Ja, präziser gesagt, der Bambuskir. Lutz Riedel ist Butler Parker. Sie machen mich ja ganz verlegen. David Nathan ist Mike Render. Können Sie sich nicht deutlicher ausdrücken? Krimi, Action, Komik, Slapstick. Einen Punch in Ehren kann keiner verwehren. Zugegeben, ein nicht ganz kalkulierbares Risiko. Dennoch blieb mir keine Zeit, um aus Vernunftgründen entsprechend zu handeln. Butler Parker. Jetzt bei Zauberstern Records. Ich empfehle mich. Sie sind Herrs. Krimi, Atat- und Arenberg. Krimi, Atat- und Jenni. Hallo.